Drei Drogenfreaks auf einem verlassenen Bauernhof Die Szenarien auf dem Hof werden schnell unheimlich für das Trio, weil sie beginnen, furchterregende Erscheinungen zu sehen. Ist es der übermäßige Drogenkonsum, oder passieren dort wirklich übernatürliche Dinge, welche die drei an ihrem Verstand zweifeln lassen? Von da an nimmt der blutige Horror seinen Lauf. Der Link zu diesem Film befindet sich in der Beschreibung. Der Link zu diesem Film befindet sich in der Beschreibung.